Freiburg 2 zu Gast bei der U23 von Borussia Dortmund und damit auch im Signal Iduna Park. Denn weil das Stadion Rote Erde gerade modernisiert wird, geht's ins große Dortmunder Stadion. In der Anfangsphase beide Teams mit wenig Torgefahr. Der BVB in Gelb versucht's über Standards. Ecke Passalic und in der Mitte lauert Papadopoulos. Der Schwabe in Diensten der Borussia kriegt nicht genug Druck hinter den Ball. Aber die Kollegen, die wollen's besser machen. Aus dem Spiel heraus mit einem Steckpass auf Jinma. Justin Jinma, 22. Minute. Und die Gastgeber nähern sich dem Freiburger Tor. Beste Chance für den BVB in einer taktisch geprägten Anfangsphase dieser Partie. Aber das Team von Trainer Thomas Stamm, das spielt auch noch munter mit. und versucht jetzt mal schnell zu machen. Über die linke Seite, über Fahner, Fahner, Vermeij. Erste gute Möglichkeit für die Freiburger in dieser Partie. Aber Vermeij stand im Abseits. Fast eine halbe Stunde gespielt. Freistoß Dortmund und Artubolu lässt abklatschen. Aber Treu ist da und schaltet blitzschnell. Da verlässt sich der Freiburger Schlussmann auf seine Vorderleute und hat Glück, dass Treu hier klärt. Knapp fünf Minuten sind's noch bis zur Halbzeit. Freiburg über Röhl gegen Papadopoulos, der Grieche Rustikal. Aber Freiburg setzt nach. Und da ist Kehl, der zieht einfach mal ab und Vermeij. Eins zu null, Vincent Vermeij. 41. Minute, die Führung für Freiburg 2. Und für die mitgereisten Freiburger Fans hat sich die Reise jetzt schon mal gelohnt. Es ist der erste Angriff, den die Freiburger so konsequent zu Ende spielen. Und dann fällt auch folgerichtig die Führung Vermeij eiskalt. Der Treffer so kurz vor der Halbzeit, ganz wichtig für Freiburg und ganz bitter für Christian Preußer, Trainer der Dortmunder, der bis 2021 noch bei Freiburg 2 an der Seitenlinie stand. Und dann ist erstmal Pause, auch für die mitgereisten Freiburger Fans. Ihr Team führt und will diesen Schwung auch mit in den zweiten Durchgang nehmen. Diagonale Seitenverlagerung. Und dann sieht Röhl Vermeij, Vermeij in die Arme von Unbehauen. Aber die Freiburger mit der guten Idee, die Seite zu verlagern, es dann schnell zu machen. Und so wird's auch gefährlich. Apropos gefährlich wird's jetzt wieder. Wieder mit einer guten Seitenverlagerung. Da ist Rosenfelder, der spielt in die Lücke zu Vermeij Vinson, Vermeij 2-0. 61. Minute, Doppelpack. Nächstes Tor, nächster ekstatischer Jubel. Die Freiburger nutzen hier die riesige Lücke in der Dortmunder Defensive und bestrafen das direkt. Der zweite Treffer von Freiburg 2 ist übrigens auch eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Aber Dortmund 2 steckt nicht auf und versucht's nochmal. Jetzt nach einem ruhenden Ball. Eberwein lenkt das Ding ans Aluminium. Und dann ist da Kulibali mit der nächsten dicken Schoß. Aber sie machen sie nicht. Und genau das macht ihn heute aus, den großen Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Denn die Dortmunder haben sie ja die Chancen, auch in der Schlussviertelstunde. Arnig gegen 1, 2, 3 Freiburger drüber. Da fehlt dann einfach die Präzision. Und die Freiburger, was machen die eigentlich? Ja, die laden die Gastgeber dann sogar fast noch ein zu einem Tor. Atu, Bolu, was macht der denn da? Da hat der Keeper Riesenglück, dass die heraneilenden Dortmunder das hier nicht nutzen. Die aber spielen in der Schlussphase wirklich nur noch auf ein Tor. Jinmar, Justin Jinmar und der kann's kaum fassen. Schon wieder nicht drin. Nee, schon wieder nicht drin. Und dabei bleibt's dann auch. Der SC Freiburg 2 gewinnt beim BVB 2 dank der Zweitreffer von Vincent Vermeil. Dem Mann, der dafür gesorgt hat, dass sich selbst die weiteste Reise gelohnt hat. Und dabei bleibt's dann auch noch ein Tor.